So und damit willkommen zurück zu Cryofall. Ich hatte wieder eine Pause gehabt und ich weiß nicht, wo ich ausgelockt habe. Na gut. Ähm. Gott. Äh, dann laufen wir erstmal zu meinem Land zurück. Äh, Essen und so ein Zeugs habe ich doch, oder? Oh Gott. Na super. Also ist ja alles schlecht geworden. Na ja gut, da haben wir. Bald sehr viel Dünger. Eieiei, na gut. Aufheben. Hier ernten wir mal ein bisschen was. Oh, hier ist noch mehr zu ernten. Leckere Bären. Das ist, glaube ich, eine Schlange. Ah, Gott. Ähm. Geh doch mal weg, du Wildschwein. So. Gesundheit. zu weit entfernt wir sammeln ein bisschen was also meine öl lampe ist auch leer wasserbäumchen natürlich blöd dass die folge gerade mit der nacht beginnt schon wieder ein wildschwein und wolf oh gott jetzt rennen 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 gesundheit sieht nicht gut aus ganz kurz mal schauen trinken ein paar pilze 27 hatte sich nicht die gesundheit automatisch erholt gehabt straße wenn jetzt mein haus weg ist auf lauf 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 karte moment war mein haus nicht da wenn ist es jetzt mies oh oh ich befürchte ich habe meine basis verloren 21 komm habe ich irgendwas zum heilen essen die mal heilung 10 prozent brennmaterial verschiedene lichtquellen grünes heilkraut so wolf hilfe welt event nicht ich finde es bedenklich dass meine basis nicht auf der map angezeigt wird wildschwein kann grad nicht kämpfen was zur hölle war das ein anderer spiel da sind da auf dem pv server so langsam laufen 26 die gesundheit so vier uhr es wird langsam hell und fällen mal ein paar bäume mit früchten dran das müsste lehm gewesen sein das müsste lehm gewesen sein so hier noch eine ananas was kein platz mehr kommt ähm energieschub giftstoffe bis 10 prozent benutzen kaffee bohnen hm 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 so was gegessen so wo ist jetzt die ananas das war sie nicht da kein platz mehr kein platz mehr ok hab ich platz für bananen noch äh was werfen wegschleimen wo ist eine blöde schlange mhm können wir hier abkürzen abgestandene wasser ähm stein stein komm nehmen wir mal das und kann ich irgendwas noch zusammenpacken ich kann die maske aufsetzen oder ah nee da ist die mütze weg ah orangefarben komm es war das wo ist meine basis höhnchen lauf weg oh die haben tomaten auch kein platz wieso ist der zucker runter gefallen meine athletik steigt das ist toll so nochmal auf der karte schauen ich hatte doch hier irgendwo gewohnt ich hatte doch hier irgendwo gewohnt das ist das ist wie das die 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 Arme kleine Schildkröte, Tierfett. Wir laufen mal an der Küste lang. Das ist unentdecktes Land. Das ist alles. Das ist alles. Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist alles. Das ist natürlich auch die Armbrust kaputt gegangen. Das ist ja sowas von furchtbar. Okay, Map schauen. Ich habe hier gewohnt. Ich glaube, ich habe hier gewohnt. Ich hatte da Erde gleich dran. Okay, vielleicht eine neue Heimat suchen. Vielleicht ist man nicht komplett an der Küste. Oder Jagdlevel 8. Ich habe hier gewohnt. Das ist alles. Ich habe hier gewohnt. Ich habe hier gewohnt. Wildschwein Schlange. Alles nicht so gut. Und Ach ist das Schlecht Wildschwein Geh weg Krebs Schlange hat mich gebissen Hilfe Hilfe Dann suchen wir mal Eine neue Gegend für uns So ist es jetzt mal ein bisschen ruhiger hier Irgendwelche Gegner zu sehen Nein Handelsstation Hier irgendwo habe ich gewohnt Strand Was ist das Moment Da laufe ich mal noch hin Die Wo ist das? Dann Ich bin glaube, ich bin stein Ich bin Ich bin Nahrungssuche Level 12 Ach Moment, ich kann doch jetzt bestimmt wieder ein Heilkraut nehmen Violette Bären, Moment, dann Komm, essen wir davon noch was? Genau unter uns ist das Haar Hilfe, Hilfe, Hilfe Strand gemäßigt Nee, hier ist nix An der Stelle Ist das ärgerlich Na gut, beenden wir mal hier die Folge Tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao